Ich habe mir jetzt was installiert, das nennt sich Private AI. Das ist vielleicht sowas wie ChatGPT, nur mit dem Unterschied, dass es kein ChatGPT ist, sondern dass alles, was dieses Large Language Modell berechnet, lokal auf deinem PC passiert. Das heißt, keine deiner Daten brauchen ins Internet geschickt zu werden. Also datenschutztechnisch ist das schon ziemlich cool. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst in einer Zombie-Apokalypse oder sowas. Wie hilfreich wäre das denn bitte, wenn du deine eigene KI wie ChatGPT hättest, die du Dinge fragen kannst, um die Zivilisation wieder in Gang zu kriegen. Schon ziemlich. Und alles, was du dafür brauchst, ist ein Solarpanel und ein Laptop. Zum Glück befinden wir uns nicht in einer Zombie-Apokalypse, aber es kann dennoch hilfreich sein, seine eigene KI auf dem eigenen PC am Laufen zu haben. Zum einen aus Datenschutzgründen, weil wie gesagt alles bei dir lokal auf dem PC funktioniert. Du brauchst keine Verbindung zum Internet, logisch. Und du kannst mehrere Sprachmodelle gleichzeitig nutzen und es kostet dich nicht einen Cent. Und wie du deine eigene KI zu Hause ans Laufen kriegst, zeige ich dir Schritt für Schritt in diesem Video. Geil! Da wir nicht in einer Zombie-Apokalypse leben, brauchst du im Prinzip erstmal nichts als einen PC, um ein Large Language Modul verarbeiten zu können. Ein Large Language Modul ist im Prinzip nichts anderes als ein Computerprogramm, das Texte und Sprache verarbeiten kann. Wie genau das funktioniert, soll uns jetzt in diesem Video überhaupt nicht interessieren. Wichtig ist erstmal nur, dass die Verarbeitung solcher Large Language Module durchaus ein bisschen Rechenpower verlangen. Wenn du ein Gaming-PC hast, kann es ganz gut funktionieren, weil du schon mal eine Grafikkarte drin hast. Nur eine CPU funktioniert auch, ist aber ein bisschen langsamer. Top wäre vielleicht eine CPU mit integrierter NPU, also eine Neural Processing Unit, die darauf spezialisiert ist, solche Large Language Module zu verarbeiten. Arbeitsspeicher solltest du auch auf jeden Fall mitbringen. 8 GB müsstest du mindestens haben. Besser sind dabei, glaube ich, irgendwie 64. Ich habe in meinem Notebook hier 16 GB und die sind meistens komplett ausgelastet, wenn ich so eine KI starte. Zudem brauchst du jetzt noch ein paar Grundkenntnisse in der Kommandozeile, aber da soll dich mal nicht abschrecken. Ich zeige dir alles hier Schritt für Schritt und zwar jetzt. Jetzt labern wir nicht mehr lang. Die Software, mit der wir arbeiten, heißt Olama. Die funktioniert auf Mac, Linux und es gibt auch eine Windows-Version. Die Windows-Version gibt es allerdings nur in der Preview und deswegen arbeiten wir unter Windows mit der Linux-Version. Also wenn du Linux nutzt, kannst du dieses Video hier genauso weiterschauen wie ein Windows-User. Wobei, zuerst müssen wir natürlich jetzt erstmal Linux auf Windows installieren. Aber das ist einfacher als gedacht und ist in zwei bis drei Minuten erledigt. Ich zeige es dir. Zuerst einmal drücken wir Start und geben ein CMD. Das ist die Eingabeaufforderung, die starten wir halt Administrator. Und jetzt gibst du den Befehl WSL-Install ein. WSL steht dabei für Windows, Subsystem für Linux und da drücken wir einmal Enter und warten kurz ab. So, bei mir ist das natürlich schon installiert. Du musst jetzt, wenn du es gerade das erste Mal gemacht hast, jetzt einen Nutzernamen und ein Passwort vergeben. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du so weit wie ich, nämlich jetzt hier in Ubuntu drin. Es kann auch sein, dass du nach der Linux-Installation dein System einmal neu starten musst. Dann gehst du wieder in die Kommandozeile und gibst einfach Ubuntu ein. Und jetzt installieren wir Olama. Das ist die Software, von der ich dir gerade erzählt habe. Dazu gehen wir einmal auf die Webseite von Olama. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Und mittendrauf gehen wir auf Download. Und wie gesagt, es gibt eine Version für Mac, Linux und Windows. Wir arbeiten aber hier jetzt mit der Linux-Version. Und deswegen klicken wir hier oben auf Linux und wir kopieren uns einmal hier den Kommando-Code. Gehen wir zurück in die Kommandozeile und fügen das einmal hier ein. So, einmal eingefügt, tippen wir auf Enter. Ist die Installation einmal durch, gehen wir nochmal in unseren Webbrowser und geben ein Localhost Doppelpunkt 11434. Enter. Und wenn jetzt hier steht, Olama is running, dann bist du ready to go und wir können direkt zum nächsten Schritt springen. Denn wir müssen jetzt noch ein Sprachmodell installieren, damit unser Programm Olama auch arbeiten kann, weil sonst hat es kein Gehirn. Sprachmodelle findest du ebenfalls auf der Webseite von Olama. Dazu gehen wir einmal hier oben rechts auf Models. Und da sehen wir die neuesten Sprachmodelle. Am beliebtesten, am größten, am neuesten, am besten ist Lama 3. Und das installieren wir uns jetzt einmal. Wenn du mehr zu dem Sprachmodell wissen willst, klickst du einfach auf das Sprachmodell. Hier bekommst du mehr Informationen zum Sprachmodell, wie zum Beispiel die Trainingsdaten, mit denen das Programm hier programmiert wurde. Und wie das ganze Ding aufgebaut worden ist. Und da steckt eine Menge Arbeit hinter. Hier seht ihr nicht nur, mit wie viel Trainingsdaten das Ding programmiert wurde, sondern hier waren 24.000 GPUs, also Grafikeinheiten, dran beteiligt, das Modell zu berechnen. Und ihr könnt euch das jetzt hier umsonst runterladen. Also dafür danke an Meta, die das hier rein zufällig für uns gemacht haben und zur Verfügung gestellt haben. Wie auch immer, gehen wir zurück. Hier oben findest du den Befehl zur Installation des Sprachmodells. Es ist relativ einfach. Wir kopieren den einmal, geben den in unsere Kommandozeile ein und drücken Enter. Jetzt lädt Olama die notwendigen Dateien runter. Das sind hier in diesem Fall ungefähr 5 GB. Es gibt kleinere und größere Modelle und ihr müsst mal gucken, wie das bei euch performt. Bei mir läuft das hier ganz gut. Und wenn die Installation durch ist, dann können wir mit Olama interagieren. Und zwar gehen wir dafür wieder in unserer Linux-Konsole Olama Run Lama 3 ein. Damit starten wir Olama plus das Sprachmodell und dann können wir tatsächlich hier interagieren. Parallel hierzu starte ich jetzt mal den Taskmanager. So, und da sehen wir dann einmal die kompletten Leistungsdaten meines Gerätes. Wir haben die CPU-Auslastung, den Arbeitsspeicher, die Auslastung, der ist quasi hier voll. Ich habe zwei Grafikkarten hier drin. Eine Iris-GPU, also der CPU-integrierten Grafikkarte und eine Nvidia-GPU. Und die ist jetzt hier auch schon am Ackern, aber nur, weil ich hier auch gerade parallel noch den Bildchen aufnehme. Vielleicht sollte ich mir da was anderes einverlassen. Wie auch immer, wenn ich jetzt hier eine Frage stelle, wie zum Beispiel, wie lange braucht die Erde um die Sonne? Enter. Dann achtet mal hier auf die GPU-Auslastung und die CPU-Auslastung. Das geht nämlich in die Höhe, während die Antwort berechnet wurde. Und hier haben wir die Antwort. Und ich kann jetzt hier sogar das Internet ausmachen. WLAN. Off. Ich bin hier unten offline, wie ihr seht. Und ich könnte jetzt eine neue Frage stellen. Wie zum Beispiel, um an den Anfang zurückzukommen. Gib mir zehn Tipps an die Hand, wie ich in einer Zombie-Apokalypse überlebe und die Zivilisation wieder aufbauen kann. Punkt. Und Enter. So, wir achten wieder auf die CPU-Auslastung und die Grafikkarten-Performance. Aber aktuell macht sie, glaube ich, nur meine CPU. Die hat hier gerade echt zu tun. Aber, was ihr seht, ich bekomme eine Antwort auf Englisch. Und dann bekommen wir eine deutsche Fassung. Und, wie geil ist das denn? Ich meine, das Ding ist nicht perfekt. Es hat aktuell keinen Zugriff aufs Internet. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, so, huch, muss ich auch da reingehen ins Fenster. Wer ist Jukeman? Dann mischt er jetzt diese beiden Fragen. Nämlich, wer ist Jukeman von der Zombie-Geschichte? Und die Antwort ist, ehrlich gesagt, völliger Schwachsinn. Aber das Coole an dieser Lokalität ist, du kannst das Sprachmodell auf deine Bedürfnisse anpassen. Das heißt, du kannst es mit Informationen füttern, die dir vorliegen. Und du kannst Dokumente analysieren. Und du kannst sogar eine grafische Oberfläche dafür installieren. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir im nächsten Video. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonnierst du am besten jetzt den Kanal. Oder noch besser, du abonnierst meinen Newsletter, weil dann informiere ich dich auch, wenn ein neues Video raus ist. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der YouTube-Algorithmus nicht dieses Video an dir vorbeileiten wird. Und wie geil ist das denn? Wenn das Video schon fertig ist, findest du es hier. Ansonsten ist das auch ein spannendes Video, was du auf jeden Fall anschauen solltest.